so was ist das denn alles john hier erzähl doch mal was ist das da für ein stein von graceland oder echt und das sind checks hat er dir checks geschrieben ja bill black scotty moore dj fontana das haben die damals gekriegt 130 dollar colonel parker da hinten unterschrieben dann schreien ein stück stoff von elvis hemd und sand sand auch seine asche habe ich gestolpert auf sein grundstück und dann hatte ich einfach mal eine hosentasche der eintrittskarten und da unten und guck mal die uhr von 1968 vom comeback special und das leder anband und original stein von hillcrest home beverly hills so viele checks hat er geschrieben dass die bei jedem fan zu tausenden rumfliegen ein erde nummer eins die erste die je gepresst wurde das ist alles original alles aus england hier alles original platten aus england alles original englisch und guck mal wenn du jetzt mal so guckst nein da ist noch da und da auch noch eigentlich hast du nur die eine und vier davor die das original englische guck mal alles original platten alles neun mono original na oh die habe ich ja doppelt das kann ich ja so habe ich die denn doppelt oh drei vier das verschiedene länder so denn hier bücher original apfelschorle von elvis original apfelschorle von elvis 1977 hat er die neben seinem bett und hier auch guck mal die schönen bücher die ich hier habe alles das sind alles so dicke klopper die verschiedenen jahre also jeden tag gegessen hat oder was mir natürlich besonders gefällt hier die ganzen cds nur elvis nicht kein anderer rockenrohrer ganze zimmer nur elvis hier guckt euch das das ist jetzt Well, I'll tell you all